Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren tollen Video hier bei eHU. Heute betrachten wir, jetzt haben wir genug RMS angeschaut, als wer es noch nicht gesehen hat, die letzten Folgen waren RMS, also Effektivwert, Sinus, Dreieck und so weiter. Auch ein sehr spannendes Thema, aber heute gehen wir mal von der Spannung zum Strom. Wir betrachten mal, wie wir mit einem Multimeter eine Strommessung durchführen können. Und dazu habe ich hier ein Steckbrett vorbereitet mit 3x33 Ohm Widerständen, also 100 Ohm Widerstand. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie man jetzt das, ich nehme das etwas prähistorische Messgerät hier, weil ich da ein paar coole Dinge zeigen kann, wie man das Messgerät in die Schaltung schließen muss, damit man überhaupt den Strom messen kann. Dann schauen wir uns an, wie das Messgerät innen drin aufgebaut ist. Und dann messen wir mal was ganz Interessantes, damit wir mal sehen, was für Einflüsse, was für Probleme uns das Messgerät bereiten kann. Messen wir mal den Spannungsabfall direkt am Strommessgerät. Ja, dazu baue ich jetzt aber erst mal die Schaltung auf. Zur Spannungsversorgung verwenden wir hier unser Rigol DP832. Wir kommen also, nehmen Kanal 1 dafür, kommen bei Kanal 1 raus, gehen runter zum Widerstand. Die Spannung kommt also hier raus, liegt an den Widerständen an. Und dann gehen wir hier wieder zurück zu unserem Netzteil. Das heißt, wir haben jetzt hier einen geschlossenen Stromkreis. Der Strom kann hier rausfließen, fließt über die Widerstände drüber und fließt über das schwarze Kabel wieder zurück. Jetzt ist diese Strommessung ein Thema, das, ja, man muss sich da immer so ein bisschen reindenken. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Eine Spannungsmessung, da geht man einfach wirklich irgendwo zwischen die Signale drauf. Bei der Strommessung sieht das Ganze jetzt einen Tick schwieriger aus. Und da hat man so eine kleine Hürde, die man im Kopf überwinden muss. Und zwar muss Strom in Serie gemessen werden. Das sagt sich immer so leicht. Aber das ist an sich ein Thema, das man echt gut bedenken muss. Bedeutet, man muss den vorhandenen Stromkreis, den wir hier haben, auftrennen. Und jetzt hier zwischen unserem Stromkreis, in den Stromkreis, unser Strommessgerät, unser Ampermeter, mit einschleifen. Bedeutet, der Strom fließt nun vom Messgerät raus, über die drei Widerstände, fließt über die rote Leitung, hier in der Milliampere Buchse, in das Ampermeter hinein. Hier drin wird dann der Strom gemessen. Danach fließt der Strom hier wieder über das schwarze Kabel raus und wird hier oben wieder zum Netzteil zurückgeführt. Jetzt können wir uns schon mal überlegen, wenn wir hier eine Spannung anlegen haben, muss dieses Strommessgerät natürlich einen sehr, sehr, sehr kleinen Widerstand haben, damit es nicht uns hier diese Schaltung verfälscht. Wir hängen es ja in Serie rein. Das heißt, wenn das Ding hier ein paar Kilo Ohm hätte, würde uns hier ganz, ganz viel Spannung abfallen und wir hätten vielleicht für unsere eigentliche Schaltung zu wenig Spannung. Bedeutet, unser Strommessgerät muss sehr, sehr niederohmig sein. Wie sieht nun so ein Strommessgerät intern aus? Den internen Aufbau von unserem Messgerät drüben habe ich uns jetzt hier mal als Schaltplan dargestellt. Und da können wir uns jetzt schon mal anschauen, was so ein Strommesspfad eigentlich macht und was er tut. Wir haben hier den Milliampere Anschluss. Das wäre die Buchse, wo ich quasi unser Kabel, unser rotes Kabel angesteckt habe. Wir kommen von diesem Anschluss raus, gehen erstmal über eine Sicherung. Das ist eine reine Schmelzsicherung, die sorgt dafür, dass man jetzt viel Strom ins Gerät reinschicken kann und nichts zerstören kann. Wir gehen dann über diese Schmelzsicherung hin zu unserem Wählschalter. Wir können bei dem Messgerät auswählen, welchen Messbereich wir gerne hätten. Und da gibt es dann entsprechend 200 mA, 20 mA, 2 mA und 0,2 mA. Was macht das Messgerät nun? Eigentlich ganz, ganz einfach. Es macht nichts anderes, wie einen Widerstand in Serie zu schließen. Es schließt also wirklich richtigen Widerstand in unsere Leitung mit rein. Und was passiert an diesem Widerstand? Genau, es fällt eine Spannung ab. Und das Messgerät misst somit die Spannung, die an diesem Widerstand abfällt und kann sich dann wieder den Strom ausrechnen. Das wäre dann auch eine sogenannte indirekte Strommessung. Wir messen den Strom indirekt übers Ohmsche Gesetz, über die Spannung, die an dem Widerstand abfällt. Wir haben hier verschiedene Widerstände drin und diese verschiedenen Widerstände, nachdem wie viel Spannung abfällt, sind entsprechend beschalten. Wenn wir uns das jetzt einfach mal überlegen für den 200 mA Zweig, den wir ja dann auch benötigen, den 200 mA Zweig, bedeutet es, der Strom fließt hier oben über die Sicherung, fließt hier runter, landet hier unten, kann dann hier über diesen Kurzschluss, der von diesem Drehschalter gemacht wird, hier rüber fließen und fließt hier runter über diese zwei Widerstände drüber und hier links bei der Buchse wieder Richtung schwarzes Kabel zurück zum Netzteil. So läuft der Strom durch das Gerät. Und jetzt können wir hier schon erkennen, wir haben hier einen Spannungsabfall, damit das Gerät überhaupt diesen Strom messen kann und dieser Spannungsabfall könnte uns zum Teil Probleme machen. Wie groß der ist, schauen wir uns gleich an. Nochmal zurück kurz zu dem Wählschalter. Das wäre unser Wählschalter, da wo wir den Messbereich uns vorauswählen können. Wie schon mal gesagt, 0,2 mA, 2 mA, 20 mA, 200 mA für den Anschluss, den wir verwenden. Wir haben dann hier entsprechend die Kurzschlüsse drin, nur damit ihr mal seht, was der Schalter macht. Also wenn wir jetzt bei 0,2 mA Anschluss wären, bedeutet das für uns, der Strom fließt hier oben durch alle, 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 alle Widerstände, die das Gerät verbaut hat, durch und hier wieder raus. Das heißt, wir hätten hier 900 Ohm, 90 Ohm, plus da unten glaube ich nochmal 10 Ohm. Da geht dann schon einiges an Spannung am Messgerät verloren, brauchen wir aber auch so einen großen Widerstand, weil bei 0,2 mA fällt nicht so viel Spannung ab und irgendwie muss Gerät das ja auch gemessen kriegen. Also je nach Wahlrat wird der Kurzschluss hier anders ausgeführt. So, nun überlegen wir uns mal, was jetzt hier überhaupt passiert. Wir kriegen hier vorne einen Strom I hinein, den werden wir dann von 0 bis 200 mA mal ausreizen. Dieser Strom fließt hier unten durch und erzeugt uns hier an diesen Widerständen. Jetzt mache ich mal einen Ersatzwiderstand hin, weil eigentlich sind das ja nicht nur drei einzelne Widerstände, sondern elektrisch gesehen ein Ersatzwiderstand und der ist wie groß? Serien geschaltete Widerstände werden einfach radiert. 0,9 Ohm plus 0,09 Ohm plus 0,01 Ohm sind genau 1 Ohm, der Widerstand, den wir hier haben. Bedeutet, wir kriegen hier über diesen Widerstand von 1 Ohm einen Spannungsabfall intern im Gerät. Dieser Spannungsabfall an diesem 1 Ohm, den können wir uns jetzt mal ausrechnen. U gleich R mal I, rein das Ohmschickgesetz. Wir haben einen Ohm und 200 mA, 0,2 Ampere, also fällt eine Spannung an diesem Gerät von 0,2 Volt ab. Wenn wir jetzt nur 3,3 Volt haben, von Versorgungsspannung oder so her, dann fehlen uns schon mal 0,2 Volt. Das ist nicht ohne, da müssen wir dran denken, da kann schon mal was passieren. Ja, das ist jetzt aber leider nicht das einzige Problem, das wir durch ein Strommessgerät kriegen. Wir haben hier den Messwiderstand, habe ich euch gesagt, mit einem Ohm. Und ich habe euch vorher gesagt, wir haben hier oben eine Schmelzsicherung. Und wir werden jetzt einfach mal ausmessen, also wir messen quasi den Spannungsabfall über das Gerät. Und dadurch berechnen wir uns dann mal, wie groß der Widerstand von dieser Schmelzsicherung da oben ist. Weil diese Schmelzsicherung hat einen Clip, der wird auf die Platine geklippt. Da haben wir Übergangswiderstände. Die Sicherung selber, das kleine Stückchen Draht da drin, hat natürlich einen Widerstand. Und wie uns das dann da in diese Gesamtmessung rein spuckt, wir hätten eigentlich 0,2 Volt Spannungsabfall bei 200 mA erwartet. Das schauen wir uns gleich an. Dazu messen wir allerdings den Spannungsabfall hier vorne an der Buchse zwischen mA und Masse. Diesen Spannungsabfall messen wir. Das heißt, wir gehen mit dem Multimeter, mit dem Spannungsmessgerät, direkt an die zwei Buchsen. Einmal an die mA-Buchse, einmal an die COM, an die Masse-Buchse. Messen dann diesen Spannungsabfall hier drüber. Wir kriegen dann sozusagen UF, den Spannungsabfall über die Sicherung und UR, den Spannungsabfall über den Messwiderstand und können dann sozusagen U gleich UF plus UR, Kirchhoffsche Maschenregel, ganz schnell wie das intern aussieht im Messgerät, damit ihr auch mal ein Foto von innen drin seht. Wir kommen hier irgendwo an mit unserem Messzweig. Das hier wäre der Umschalter, das große blaue hier, R111, haben wir vorhin schon gesehen, R111. Das wäre dieser große Widerstand hier, der Einzelabgriffe hat. Und dann haben wir hier oben noch R110 und R109 mit 90 und 900 Ohm. Die befinden sich direkt hier drunter. Hier R109 mit weiß, schwarz, schwarz, schwarz. Also 900, 900 mal 1, 900 Ohm. Und hier oben haben wir den 90 Ohm Widerstand, weiß, schwarz, schwarz, gold. Also 900, 900 mal 0,1, 90 Ohm. Hier nochmal die Schmelzsicherung für die 200 Milliampere und hier oben die nicht richtig eingeklippte Schmelzsicherung für den 2 Ampere Zweig. Dann wieder zurück zum Messplatz. Wir haben hier den gleichen Aufbau wie vorhin. Der Widerstand hier unten wird direkt in Serie mit dem Messgerät geschalten. Wenn wir jetzt den Strom von 200 Milliampere mal drauf geben, kriegen wir hier auch 200 Milliampere angezeigt. Und jetzt wollen wir, wie vorhin angezeigt, den Spannungsabfall über das Messgerät messen. Bedeutet, wir messen einmal die Spannung an der Milliampere Buchse und die Masseversorgung gehen wir hier auch auf den Common Anschluss des Messgerätes. Wenn wir jetzt den Strom drauf geben, können wir schon mal erkennen, wir haben hier ungefähr 0,79 Volt Spannungsabfall. Wir sind also schon mal weit, weit, weit weg von diesen 0,2 Volt, die wir eigentlich erwarten. Das heißt, da spuckt uns die Sicherung anständig mit rein. Wenn wir jetzt überlegen, wir hätten eine 3,3 Volt Versorgungsspannung, würden uns jetzt an unserer Schaltung selber, am Mikrocontroller oder wo auch immer, wenn wir ein Strommessgerät reinschalten, würden uns nur noch 2,5 Volt übrig bleiben für unsere Schaltung. Und das kann zum Teil vielleicht auch schon mal gar nicht mehr reichen. Ich mache jetzt mal eine Messreihe, zeichne das Ganze mal auf und dann schauen wir uns mal ein paar interessante Effekte bei der Strommessung an. Wir haben uns jetzt also die Messreihe aufgenommen, alle 10 mA. Das kann man mit dem Rigor zum Glück echt gut einstellen, einfach 10 mA mehr ausgeben, wenn man auf die Stromregelung geht. Wir haben uns jetzt alle 10 mA die Spannung aufgenommen, also den Spannungsabfall direkt hier an diesen zwei Buchsen. Und wenn man jetzt diese Messwerte in ein Diagramm reinmalt, kommt was total Interessantes raus. Und zwar eine Kurve. Eigentlich würde man jetzt eine Gerade erwarten. U gleich R mal I. Also eine Spannung gleich Widerstand mal Strom. Der Widerstand bleibt konstant, der Strom ist eingestellt. Also eigentlich sollten wir hier eine Gerade erhalten. Das Ganze geht nach oben hinten. Und das ist ein interessanter Effekt. Den müssen wir bei der Strommessung auch ganz, ganz, ganz dringend bedenken. Und zwar haben wir ja nicht nur den Messwiderstand drin, sondern wie schon gesagt auch diese Sicherung, die den zusätzlichen Spannungsabfall uns bewirkt. Und zusätzlich dazu, also wir sind ja hier bei einer 200 mA Sicherung im oberen Grenzbereich, also die über 200 mA, also ich glaube doppelt so viel Strom oder so, irgendwann löst sie dann relativ flott aus. Das heißt, wir sind da schon im Bereich drin, wo die Sicherung warm wird. Das kann man auch hier jetzt schon mal ganz gut erkennen. Hier war der Drehschalter. Hier unten ist der große blaue R111, den wir gehabt haben. Hier waren die zwei Messwiderstände. Und hier haben wir die Sicherung. Und die wird richtig rot, also die wird richtig warm. Wir haben hier jetzt eine Temperatur von 40,8 Grad gemessen an der Sicherung. Also die wird warm. Und eine Sicherung wird warm, bedeutet der Widerstand dieser Sicherung erhöht sich. Wir haben also hier hinten raus nochmal einen deutlich höheren Widerstand, den wir in Serie schalten, wie wir eigentlich generell uns überlegen würden und eigentlich generell haben möchten. Wenn wir also jetzt hier mal eine Gerade drüber ziehen, ungefähr hier, sage ich mal, sind wir noch im linearen Bereich hier unten. Alles hier oben wird also sozusagen schon mal für uns eine Messabweichung an dem Widerstand, den wir jetzt eigentlich haben wollen. Der Widerstand hier oben wird immer noch größer, den wir in Serie schalten. Wir wollen aber den Widerstand der Sicherung im kalten Zustand wissen. Also müssen wir uns den hier mal mit einer Gerade uns kurz überlegen. Wir haben hier 200 mA an Strom, die wir drüber geben. Und wir haben jetzt hier ungefähr einen Spannungsabfall von 0,55 Volt. Wir rechnen uns jetzt mal den Gesamtwiderstand des Messgerätes aus. R gleich der Spannungsabfall durch den Strom. Wir haben einen Spannungsabfall von 0,55 Volt. Das Ganze durch 0,2 Ampere dividiert. 2,75 Ohm für den Gesamtwiderstand des Messgerätes. Also für den Widerstand der Sicherung plus Widerstand für die Strommessung. Also 1 Ohm hatten wir Strommessung und den Widerstand für die Sicherung haben wir hier oben. Der Gesamtwiderstand wäre also hier drüber, unser Gesamt R. Wenn wir jetzt also den Sicherungswiderstand ausrechnen wollen, müssen wir den Gesamtwiderstand minus diesen einen Ohm rechnen. Das kriegen wir jetzt glaube ich einigermaßen leicht hin. Rf gleich R Gesamt minus R Messung, R I. Und das wären dann sozusagen 2,75 Ohm minus 1 Ohm sind 1,75 Ohm für unseren Widerstand der Sicherung. Und da sehen wir jetzt schon mal, dass so ein kleines Bauteil ist, man gar nicht bedenkt, dass das großartigen Einfluss haben kann. Unser Strommesswiderstand gibt uns 1 Ohm an zusätzlichem Widerstand auf die Leitung. Unsere Sicherung gibt uns fast doppelt so viel nochmal drauf. Also wir haben in Summe fast 3 Ohm an Widerstand, was uns dieses Messgerät da beeinflusst. Bedeutet bei ca. 3 Ohm, wie wir es hier sehen können, 0,55 Volt Spannungsabfall. Oder sogar noch schlimmer, wenn die Sicherung warm wird, 0,8 Volt Spannungsabfall. Bedeutet, wie vorhin schon mal gesagt, wenn wir 3,3 Volt an Versorgungsspannung haben, bedeutet wir haben irgendeine Schaltung, die beliebig hier eine Spannungsquelle mit 3,3 Volt hat. Und wir haben jetzt hier irgendwie einen Mikrocontroller. Und der wird jetzt mit dieser Spannungsquelle versorgt. Und wir wollen mal gucken, wie viel Strom braucht jetzt dieser Mikrocontroller. Und wir schließen hier einfach einen Ampermeter rein. Weil wir uns denken, naja, dann können wir mal ausrechnen, wie viel Strom der Mikrocontroller braucht. Doch würde das im schlimmsten Fall, wenn der 200 Milliampere benötigen würde, würde das bedeuten, dass hier schon mal 0,8 Volt abfallen und der Mikrocontroller VCC nur noch 2,5 Volt kriegt. Bei 3,3 Volt. Und das haut dann schon rein. Also im Fall von 200 Milliampere, wie wir es gerade eben gehabt haben. Und 200 Milliampere im Belastungsfall, das ist nicht viel Strom für den Mikrocontroller. Und wenn der dann nur noch 2,5 Volt Spannung hat, da kann es schon mal sein, dass der einfach sagt, ich gehe nicht mehr, ich funktioniere nicht mehr, weil ich da nicht genug Spannung habe. Ich brauche mindestens 3 Volt oder sowas. Also da immer ganz, ganz, ganz fest daran denken, dass eine Strommessung, weil wir in Serie reingehen, uns auch Probleme machen kann. Zum einen, weil wir einen großen Spannungsabfall haben. Zum anderen, weil wir vielleicht auch einen falschen Strom messen, da uns hier der Gesamtwiderstand davonläuft. Ja, vergesst einen Daumen nach oben nicht, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare, wenn es ähnliche Videos oder wenn es Fragen dazu habt, wenn ich da was drehen soll, einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf den nächsten Teil und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis bald.